Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play. Life is Strange. Bewertet den Part und viel Spaß. Ich check immer noch nicht, wie das hier so wirklich funktionieren soll. Ich weiß nicht, warum ich so inocente bin. Ich habe ein paar Sprecher hier, Max. Ja, Viktoria würde es töten, um zu sein, aber sie nicht versteht unsere Verbindung. Du bist der Winner, Max. Ich wähle dich. Dein Portrait. Fuck you! Du hast zu viel versucht. Ich weiß, dass du Angst hast. Du hast den gleichen Dough-Eyed-Look, als du hier wachst. Du bist mit Angst, als du wissen, was passiert. Herr Jefferson, warum machst du das? Oh, Max. Ich bin so glücklich, dass du diese Frage hast. Ich bin so glücklich, dass ich die Idee von der Moment, Innocenz, in die Veränderung. Das Veränderung von Black, zu White, zu Gray, und weiter. Die meisten Modellen sind künstler. Sie verlieren diese Naivete. Aber einige Studenten von Blackwell haben ihre Hoffnung und Hoffnung mit ihnen, wie ein Aura. Und diese wenige Leute sind meine Modellen. Meine Subjekte. Ja. Du bist ein Psychopath. Und das ist deine letzte Session. Au contraire, Max. Ich bin so sane, dass niemand weiß, was zu dir passiert. Wie Sie sehen können, wie Sie sehen können. Die Schönheit hier ist zu schwer für meine Lenz. Und nicht mich auf deine Zeit, Partner. Ich hatte genug von diesen Faux Punk-Punk in meinen Zeitungen. Blah, Blah, Blah. Blah, 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 Blah. Blah, 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 Blah. Oh, don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh, Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Chloe and Rachel, you killed both of them. They're fucking together in heaven right now. Is that what you want to hear? Why? 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 Start listening to me, you dumb cunt. I'm sorry, Max. That was not cool, anyway. Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good. Because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject. Like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here by your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Oh. So appealing. You don't need a computer to print your work out. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Okay. Shots came out. I can... Wait! Please, Mr. Jefferson. Max. I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. You... You... You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh. Look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Welches Bild ist das? Oh, Matthew. Komm schon. Oh. Ich checke nicht, wie man das darstellt. Was bringt dieses Aufblinken, was hier zwischendurch kommt? Ah, hey, ich checke es nicht. Leute, ich nehme schon 32... Uh... Das wird ganz weit, Alter. Ich bin ja... ...dass ich dich in einem Moment desperativen. Shh, shh, shh. Ich glaube, Max hat das, was du, die Kinder, nennen sie ein... ...selfie. Ich bin zurück. Right zurück, wo ich diese wunderschöne Woche habe. Und niemand wird wiederholen Chloe. Die Fotoporträt hat sich immer wieder populär, seit den 1800s. Ihr Generation war nicht die erste, um die Bilder zu benutzen, um... ...selfie expression. Sorry, ich kann nicht resisten. Der Punkt ist, dass die Portraturen immer ein wichtiges Aspekt des Art und Fotografie ist, für so lange wie es ist. Jetzt, Max, seitdem du unsere Interesse entstanden hast, kannst du, bitte, sagen wir uns den Namen der Prozess, die die ersten Self-Porträtten geplant hat? Wer weiß, diese Klasse ist hella blöde. Ich versuche, dass du nicht gesagt hast, dass du eine weitere Frage hast. Entschuldigung, es gibt keine Zeit. Ich meine, deine Klasse ist fast. Oh. Well, danke für die Warnung, Max. Also, der Degarion-Prozess macht die Portrature ziemlich populär. Mainly, weil es die Subjekte klar definiert sind. Du kannst mehr lernen, wenn du die Assigned-Chapen hast. Was? Clearly, Max doesn't have the, uh, time. Hey, guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes- Time to change time. ...winter to San Francisco where you'll be feted by the- First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. I have to warn David about Jefferson and the darkroom. Victoria, you still have to be your photo. Even if you submit your photo to your class, you start in your photo. I should be able to track David's number from this school-pamphlet. No, no, no. God, no, no. Not sure. No, no. Als Modefotografie der 90er gebahnt hatte, war Mark Jefferson stets bewusst, dass er seine Vision teilen und andere inspirieren wolle. Nach der Jahrtausendwende unternahm er einen gut publizierten Abstecher in den Lehrerberuf im ganzen Land und nahm schlussendlich eine permanente Anstellung in der Blackwell Academy an. Mr. Jeffersons Unterricht zu Kunst und Fotografie ist einer der beliebtesten in der reichhaltigen Geschichte der Schule und seine Schüler werden zweifelos andere mit ihrer eigenen Vision inspirieren. Zulassung bei David Madsen. Alles klar. Gemerkt. Gemerkt. Ich hoffe, ich liebe immer die Fotografie, wenn das fertig ist. Alter, haben wir jetzt viel zu reden. Äh, zu lesen. Das hatten wir, ne? Ja. Ich sah Chloe wieder sterben. Getötet von meinem Lieblingslehrer. Warum? Weil wir dumm waren und uns von Jeffersons Nachricht täuschen ließen. Wir gingen also zum Schrottplatz und in seine Falle. Wir hätten die Polizei rufen sollen, als wir Rachel fanden, aber Chloe und ich waren schon zu weit gegangen. Ich denke immer, ich sei unbesiegbar oder eine echte Superheldin, aber ich bin nur Max Caulfield. Ist meine Kraft nur ein Unfall des Schicksals oder werde ich wie Chloe bestraft? Was haben wir getan, um das zu verdienen? Was hat Rachel getan? Kate? William? Dann ist da noch Mark Jefferson. Ich kann ihn nie wieder Mr. nennen. Ich bin immer noch geschockt, dass er hinter der Dunkelkammer steckt, aber in den Fragmenten der Zeit erkenne ich, dass Jefferson stets Hinweise fallen ließ. Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, wie lange er das schon tut und wem er es antat. Die Nadel. Ich kann sie noch fühlen. Gott sei Dank. Erinnere ich mich nicht, wie ich für Jeffersons krankes Shooting posiert wurde. Denk nur an all die anderen, die das durchmachen mussten, wie Rachel und Kate. Das bestärkte meinen Entschluss, aus dem Raum zu entkommen, um wenigstens ihn aufzuhalten und Chloe zu retten. Ich musste so oft in meine eigenen Fotos zurück, dass es mich verwirrte. Schlimmer. Ich wusste, ich versaute wieder mehrere Realitäten, aber mir blieb keine Wahl. Chloe würde nicht auf dem Schrottplatz neben Rachel Amber sterben. Ersterben. Und niemals würde Jefferson die letzte Person sein, die ich je sehe. Ich kann mir nicht mal vorstellen, mit Jefferson im Studio zu sein und mich so zu verhalten. Alles war so sauber und steril und fühlte sich doch wie der schmutzigste Ort der Welt an. Wenn ich nicht die Zeit manipulieren könnte, was hätte ich getan? Was hätte ich tun können? Manchmal kam ich mir entfernt vor, als sehe ich mir selbst zu, wie ich durch diese Hölle gehe. Aber dank des Fotos aus Jeffersons Klasse, half er mir persönlich bei der Flucht. Ich fühlte mich schrecklich, dass Victoria hier gelandet war, nur weil ich sie vor Nathan gewarnt hatte. Ich hätte wissen sollen, dass sie Schutz bei Jefferson suchen würde. Stattdessen entführte er sie und ermordete sie beinahe wegen mir. Ich werde nie Jeffersons Blick vergessen, kalt und gemein. Ich kam mir vor, wie in einer dieser Krimiserien die Mama so mag. Wie wird jemand bösartig? Er schoss Chloe in den Kopf. Einfach so, elender Wichser. Ich wünschte, die Polizei hätte Nathan verhaftet, nachdem ich Direktor Wells von den Drogen erzählte, die Arcade eingeflößt hatte. Er könnte noch leben und Jefferson belasten können. Alter Vater. Ist das nur ein Bumf auf einem größeren Weg? Für mich, David. Ich versuche, dass du überreaktest, so viel als alles. und verbreiten, und sofort nach Jefferson. Ich möchte, dass du mit dem Drogen gewonnen hast, wunderschön. Du hast mich in den Drogen, wunderschön. So, vielleicht werde ich in San Francisco gehen. Und Jefferson, du kannst in der Präsenz. Ich weiß es nicht. Moment. Ist doch Kate, ne? Ja. Blöde an der Wand, ne Kamera mit Duct Tape. Bale. Hey Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. No. Thanks. You always know the right thing to do. Will ich jetzt ein Foto machen? Ja. Nice. So, was waren die nächsten Fotos? Duct Tape und Dings. Okay. Duct Tape hatten wir doch auch hier irgendwo. Zusammen mit einer Kamera. Kamera und Klebeband. Kamera und Klebeband. Haha. Will die Fotos haben. Was so? Ich bin froh, das zu fixen. Also du bist hier, um deine fancy Kamera zu bekommen, Victoria. Suchen? Victoria. Es ist schön, wie du wirklich fühlst. Ich bin froh. Oh Mann ey. Oh. Oh. This is the last time somebody bullies you, Kate. Okay. Wanno, ich muss doch hier irgendwie ein Bild machen können. So Leute, das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Poach Drain.